Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Lexi und Gis und Jörn Schaars bei einem Podcast Episode 421. 421. 421. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Einer von der Sorte reicht auch. Ja. Ja, das sagen sie alle. Ich möchte zu Beginn dieser Podcast Folge, möchte ich eine Erklärung verlesen. Und hast du die aufgeschrieben vorher? Nein. Hast du sie auswendig gelernt? Nein. Hast du irgendwas vorbereitet? Nein. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Also hier kommt eine weder aufgeschriebene noch auswendig gelernte, aber trotzdem verlesene Erklärung von Gis. Ernsthaftes Gesicht. Ja, sag das nicht. Aber du hast gerade die Ernsthaftes-Gesicht-Geste gemacht, wo man so von oben nach unten runterwischt und dann auf einmal aufhört zu lachen und total ernst und seriös ist. So, guck. Ja, ein Audio-Podcast. Ja, deswegen erklär ich es ja. Achso. Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schwer, einen nicht nur wunderschönen, sondern auch funktionalen und guten Fernsehtisch zu finden. Der Inhaber dieses Podcasts, Yon-Chan, hat dieses schon vor mehreren, vielen, vielen Jahren geschafft. Noch bevor er, lange bevor er seinen großartigen Sidekick dieser Podcast-Produktion gefunden hat. Zu keinem Zeitpunkt dieser Beziehung oder dieses Zusammenlebens stand es ernsthaft zur Debatte, diesen großartigen, funktionalen, praktischen und wunderschönen Fernsehtisch nicht zu behalten. Er hat für immer einen Platz in unserem Wohnzimmer und unserem Herzen. Das war wunderschön und sehr emotional. Danke. Ja, ich habe sehr gerne diese Erklärung verlesen. Ja, die auch ich nicht so oft geschrieben hatte. Den in unserem Wohnzimmer, in unserem Herzen teil, der war stark. Der war richtig stark. Der war ganz weit vorne. Da habe ich ein bisschen geweint. Nee, der war ganz so geschlossen. Ja, ich meine emotional. Ich habe geweint ein bisschen. Habe ich rausgeschnitten. Unsere Wohnung, unser Haus wird irgendwie immer voller mit Sachen. Warum haben wir so viel Kram? Warum haben wir so viel Kram? Weil wir noch ein Sofa gekauft haben. Ja, und Billi-Regale auch. Und Christoph hat die alle von uns aufgebaut. Ja. Ich muss mal sagen, Menschen, die gerne und gut Ikea-Möbel aufbauen, sind nicht, also man braucht solche als Freunde. Man braucht Leute wie Christoph auch sonst als Freunde. Aber generell, sie sind auch potenzielle Beziehungsretter, würde ich sagen. Ja, komplett. Ich weiß nicht, ob unsere Ehe diesen, nach dem… Das wäre eine sehr schwere Prüfung für unsere Ehe gewesen. Nach der nicht vorhandenen Fernsehtisch-Diskussion weiß ich nicht, ob unsere Ehe die Ikea-Möbel an einem Wochenende aufbaut, ob es diesen Stress ausgehalten hätte. Ja, und so war es stressfreier. Ja, also für mich war es super. Ich war so, okay, ihr baut die Ikea-Möbel auf, ich bin mal weg. Ja, und wir waren an einem Abend fertig, also 20 Minuten pro Regal ungefähr und dann nochmal vielleicht halbe, dreiviertel Stunde für das Sofa. Ja, wenn wir das zu zweit gemacht hätten, wir hätten uns getötet. Ja, voll. Ja, voll. Ja, und dann werden hier irgendwie nächste Woche Leute reingekommen, die gesagt haben, hm, wo ist denn die Pastorin, wir hatten doch einen Termin. Und dann so, ah. Kreidezeichnung, was? Ja, genau, richtig. Ja. Danke, Herr Krenz, bester Mann. Ja, das war wirklich sehr, sehr gut. Gut, gekocht habe ich diese Woche, denn wir sind ja, und das müssen wir vorher erklären, jetzt sozusagen Teilhabende an einer Bio-Gemüsekiste. So, lavi. Ja, richtig, eine solidarische Landwirtschaft, eine soladirische Landwirtschaft. Ja, es ist Sonntag, 10 Uhr. Ja, es ist kompliziert. Es ist noch nicht mal 10, 20 nach 9. Ich bin schon betroffen. Was? Ja. Es ist 20 nach 9. Nee, ich bin schon betrunken. Was? Ich denke, ich sage so, nonchalant, ich bin betrunken, und meine Frau sagt, was ist 20 nach 9? Und wir sitzen hier schon und reden geradeaus? Das ist, wie diese Beziehung funktioniert. Herrlich. Ich trinke mal einen Schluck selber. Meine selber. Solidarische Landwirtschaft ist das Thema. Da haben wir uns an einer Gemüsekiste beteiligt. Wir teilen uns die mit jemandem und bekommen wöchentlich unseren Anteil und das ist ganz aufregend, weil da Sachen dabei sind, die hat man sonst so gar nicht auf dem Zettel. Mangold. Sukrini, was? Tomaten. Nie gehört. Was ist das? Das ist rum. Rot? Das ist rund. Das ist kein Gemüse, das ist aber auch kein Obst. Was ist hier los? Das ist ein Obst. Ich weiß, dass es ein Obst ist, aber man tut es trotzdem nicht in einen Fruchtsalat. Man macht sich echt unbeliebt, wenn man damit ankommt und sagt, hier, ich habe einen schönen Obstsalat gemacht und dann sind da Tomaten drin. Was glaubst du, die Leute gucken auf ein Kinderfest von nebenan. Von der Kita? Ja. Wieso willst du denn einen Obstsalat für die Kita machen? Vor allen Dingen mache ich keinen mit Tomaten drin. Wir haben noch nicht mal Kinder. Ja, zum Glück. Was? Nein, das ist ja gut für die Kinder, meine ich. Dass sie nicht bei uns sind. Hä? Was? Kinder lieben uns. Wir sind cool. Wir haben ein Kinozimmer. Die Trottel. Was wissen die denn schon? Wir haben ein Kinozimmer. Und wir haben eine Menge unbekannte Gemüsesorten auf einmal im Haus. Ringelbeete. Ist auch dabei diese Woche. Ganz aufregende Scheiße. Wenn wir Kinder hätten, ne? Ja, würden die das nicht essen. Würden die 100 pro, würden die das essen. Ich bin gespannt. Wir würden einfach alles in so Pommesform schneiden und in den Airfryer tun. Ringelbeete Pommes, Surinie Pommes, Mangold Pommes. Mangold Pommes würden super funktionieren. Jedenfalls habe ich geguckt, was kann man denn mit Mangold machen und habe Mangold Röllchen gefunden. Also das Rezept, du hast nicht die Röllchen gefunden. Richtig, das Rezept habe ich gefunden und dachte, das mache ich, das ist super. Link ist in den Shownotes. Und ich wusste, dass ich dafür noch einkaufen muss, habe aber relativ schlau, nicht aufs… Die nicht aufgeschrieben warst, ne? Exakt. Ach so, das erklärt. Ja. Entschuldigung, dass du die Hefte vergessen hast. Ja, das ist nämlich das. Ich habe beim Einkaufen nämlich den Ricotta vergessen, der da reingehört und wir hatten versehentlich keinen Reis mehr im Haus, wusste ich gar nicht und deswegen… Risotto-Reis haben wir noch. Risotto-Reis hätten wir gehabt, aber der hätte nicht geholfen. Deswegen habe ich das mit Kochcreme und Bulgur ersetzt und dann habe ich mich auch noch in der Reihenfolge und den Mengen ein bisschen vertan. Füllung hätte für 25 Personen gereicht und die Paprika, die in die Füllung gemusst hätte, war bei mir in der Soße, aber… Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, und Göger hat es trotzdem geschmeckt. Oh, ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass… Man muss das immer sagen, wenn man kocht und dabei Sachen rittet. Das ist ja der Witz bei chefkoch.de in den Kommentaren so, hm, ja, ich hatte leider keine Kartoffeln im Haus, ich habe das durch Schokolade ersetzt und die Tomatensauce durch schnellbindenden Zement oder sowas und Göger hat nicht gemeckert. So, für die, die das nicht wissen, oder hast du darüber schon häufiger in deinem Podcast gehört? Nee, ich erkläre das hier gerade. Ja, was ist Göger? Göttergatte. Ja. Da gibt es auch noch Wunki. Wunki? Wuki. Also… Es gibt auch noch Wuki und das ist nicht der Typ, der so… Ich dachte ja, bei Wuki als erstes ein Wutschkind, habe ich gedacht. Du hast Wutschkind gedacht, genau. Es ist aber Wutschkind. Doch, gut, dass wir keine… Ja, richtig. Ja, aber, Jan, das Problem, am Anfang habe ich zu dir so ironisch Schatz gesagt, weil ich das eigentlich furchtbar finde. Ja. Weil alle sagen Schatz so und das ist eigentlich… Und eigentlich magst du mich ja gar nicht. Nee, ich meine so als Bitzname was? Das ging von Anfang an nur mit meinem Körper. Geld, was? Ja, ja, natürlich. Und irgendwann fällt die Ironie weg und man sagt das immer noch. Und irgendwann sind wir so ein Paar, das sagt, herzlichen Glühstrumpf zum Wurzeltag, Schatz, mein bester Köger. Und wir meinen nichts davon ironisch. Ja, das ist das nämlich. Ja. Man muss aufpassen. Aber das ist einfach chefkoch.de-Vokabular. Man muss sich auch, das ist so wie das, was man so Technolect nennt. Ja, wenn man auf einmal anfängt über Seefahrt zu sprechen, dann redet man über Tampen. Nein. Und Taue. Einfach nein. Anker. Nein. Na ja, gut, okay. Technolect ist das Stichwort. Kochen. Kochen. Ja, es war lecker. Aber wir haben jetzt halt noch Füllung für nochmal das Doppelte. Wir füllen das Mittagessen damit, das ist eine gute Idee. Nein, wir haben ja auch noch ein paar Pilze, habe ich gekauft, weil ich statt mich ans Rezept zu halten einfach noch andere Sachen gekauft habe, als wir brauchten. Und das gibt es jetzt dann heute. Könnte auch noch irgendwie Zucchini, haben wir auch noch reichlich. Wir haben noch ein paar Tomaten. Und ein paar Tomaten, nicht so viele. Ja. Und wir müssen irgendwas mit unseren Äpfeln machen. Ernten und essen. Ja. Adams Äpfel gucken und dazu einen Apfelkuchen machen. Ja. Zum Beispiel. Das Schöne ist ja, dass Jörns Büro im Keller ist. Sutherra. Dann es gibt ein Fenster und dann guckt man direkt auf den Apfelbaum. Ja. Deswegen kam ich drauf. Wie fühlst du dich so als Kellarkind? Sutherra-Bewohner. Erwachsener Sutherra-Bewohner. Nee, ist schön hier. Geht, oder? Ja. Neben dem Heizungskeller direkt. Ist immer schön warm. Der Öltank ist auf jeden Fall nah dran. Der Öltank ist nah dran. Wir müssen vielleicht nochmal an dieser Umfrage für Nahwärme. Ich habe aber nicht verstanden, ob das nur für Hausbesitzer gilt, die Umfrage. Ich glaube, Mieter dürfen da nicht dran. Ja, das weiß ich auch nicht. Das muss ich nochmal gucken und gegebenenfalls dann im Namen der Kirchengemeinde, also meines eigenen Vermieters daran teilnehmen, denn wir sind für Nahwärme. Wir sind komplett für Nahwärme, ja. Es gibt nämlich da eine Umfrage. Ja. Eine, ich weiß nicht, Bevölkerungsumfrage in Riesebü. Wie finden Sie Nahwärme? Wie finden Sie nachhaltig produzierte Wärme im Vergleich zu Ihrer bestehenden Ölheizung? Und alle so, ne, das finde ich scheiße, ich will wieder hier weiter den Öltank. Ich habe Öltank im Keller, ich finde das echt nicht so geil. Nee. Ich war zufällig beim Audio-Only-Barcamp, also nicht so doll, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich noch was anderes zu tun hatte, was dienstlich induziert war. Das war ein Barcamp. Induziert? Ja. Ist das ein Wort? Das ist ein Wort. Induktion schon mal gehört? Naja. Jedenfalls war da ein Barcamp, das komplett Audio war auf dem Discord-Server und es ging um Podcasting im Allgemeinen und ich habe da auch ein bisschen was erzählt. Was hast du erzählt? Über Castropod. Was ist das? Das ist das, womit ich das Podjournal betreibe. Was ist das Podjournal? Das Podjournal ist meine kleine Nachrichten-Podcast-Projektsache für die deutsche Indie-Podcast-Szene. Und wie läuft das eigentlich so? Weil davon ehrlich gesagt erzählst du eigentlich nie. Das ist immer so, das läuft so mit einmal im Monat oder? Das kommt einmal im Monat, immer zum ersten. Ich habe jetzt letztes Jahr, dieses Jahr im Januar offiziell angefangen und habe dann gleich irgendwie drei Folgen veröffentlicht. Das macht es mit der Zählung ein bisschen schwer. Jetzt im Januar hast du das angefangen? Jetzt im Januar habe ich angefangen und ich bin jetzt bei Folge 11, die jetzt dann am 1.10. rauskommen wird. Dir gehen auch nicht die Themen aus? Naja, es ist ja immer irgendwas, was man über Podcasting erzählen kann. Irgendwo jemand, was weiß ich, Apple hat jetzt ein neues Betriebssystem-Version veröffentlicht, iOS 17 oder was. Und da kann man auf einmal auch Episoden-Cover für Podcasts haben. Etwas, das in der restlichen Podcast-Welt ja schon seit ungefähr 2012 ein Thema ist. Das kommt jetzt dann endlich auch mal zu Apple. Da freuen sich die Leute, die Apple benutzen. Weil die nicht wissen, dass es überall anders normal ist? Ja. Es ist dumm, kommt mir das vor. Ja, es geht um Apple Podcasts. Also man kann natürlich auf dem iPhone auch eine andere Podcast-App benutzen. Aber die Hausgemachte von denen, die kann das jetzt. Und da freuen sich alle. Finden sie richtig gut. Und da redest du dann drüber? Da kann man drüber reden und dann gibt es ja verschiedene Trends in der Podcasting-Szene. Was weiß ich, ständig neue KI-Tools zum Beispiel. Es gibt jetzt mehrere Anbieter, die einen Podcast KI-gestützt zu einem Buch machen und den automatisiert bei Amazon E-Books veröffentlichen. Das habe ich nicht verstanden. Du kannst deinen Podcast hochladen und dann geht eine KI da drüber und macht daraus ein Buch. Ah, sie machen aus dem Podcast ein Buch. Ja. Ich habe gerade verstanden, sie machen zu einem Buch ein Podcast. Das ist ja Quatsch. Also sie machen Podcast zu einem Buch im Sinne von, ich habe es andersrum gehört. Sie machen einen Podcast über ein Buch, dachte ich. Nee, sie machen einen Buch. Heißt das jetzt, da wird dann automatisch das Buch vorgelesen? Nee, sie machen ein Buch aus einem Podcast. Aus einem Podcast. Ja. Das kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Weil es auch merkwürdig ist. Vielleicht für Hörgeschädigte, dass die dann den Podcast lesen können? Ja, also es gibt da ganz viele Varianten, wie man sich das erklären kann, warum das cool sein könnte oder warum auch nicht. Ich finde den meisten KI-Kram ziemlich lächerlich, aber das ist ja… Du findest KI lächerlich? Ja, also in vielen Punkten ist es halt, glaube ich, ein zu großer Hype gerade. So ähnlich wie Blockchain vor ein paar Jahren. Habt nie verstanden, was das ist. Ja, die wenigsten haben das wirklich verstanden und deswegen hat sich die Bundesregierung gleich fünf Blockchains aufschwatzen lassen für ein und dasselbe Projekt, wo man nur eine gebraucht hätte. Ja, okay, komm. Lass mal ein paar andere Sachen reden, von denen wir auch keine Ahnung haben. Jedenfalls habe ich leider zu wenig mitbekommen vom Audio-Only-Barcamp, weil ich da noch nebenbei andere Sachen machen musste. Aber es soll sehr gut gewesen sein. Und was ich auch noch erzählen wollte, Smart Home-Kram wird gerade, also Philips Hue wird gerade doof. Ist das das, was wir benutzen? Genau, richtig. Das wird doof? Ja, die wollen jetzt, also man konnte das eine ganze Zeit einfach so benutzen. Hast du dich beleidigt? Im Prinzip ja. Man konnte das eine ganze Zeit einfach so benutzen und jetzt haben sie angekündigt, dass man auf jeden Fall dort einen Account haben muss. Und dass man, also früher lief das halt einigermaßen lokal. Du hast, wir haben diesen Kasten, der an der Fritzbox hängt und der steuert sozusagen die Kommunikation zwischen den Lampen und den Schaltern und den Bewegungsmeldern und alles, das war super. Und jetzt ist es so, dass man da eingeloggt sein muss und das alles nochmal den Umweg über die Server von Philips Hue nimmt. Hä? Ja, vom Datenschutz her nicht cool. Das klingt umständlich. Ja, und blöd. Kann man das nicht hacken? Kann man. Deswegen liegt da jetzt dieser Karton. Home Assistant Green heißt das Ding. Als ob der Dialog gerade vorbereitet gewählt wird. Das ist ja nicht was von Ratiofahnen. Gibt es? Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Nein, es gibt, und zwar Home Assistant gibt es jetzt seit zehn Jahren als Software und zum zehnjährigen Jubiläum haben die Home Assistant Green rausgebracht. Das ist im Prinzip also das, was man braucht, um Home Assistant zu starten. Ein Raspberry Pi in einem Gehäuse mit irgendwie Chips und RAM und Speicher und bliblubla. Und das kann man sich also, da kann man damit anfangen, ohne diesen ganzen Setup-Quatsch zu machen, der mich bisher immer davon abgeschreckt hat, weil das alles schon vorbereitet ist. Und ich habe immer gesagt, Home Assistant mache ich, habe ich voll Bock drauf, kommt irgendwie in Quartal fünf, wenn ich mal Zeit dafür habe. Und jetzt Quartal fünf? Ja. Das ist Quartal eins vom nächsten Jahr? Nee, das ist ja Quartal eins. Okay. So, und das ist halt so ein 31. Februar-Projekt gewesen und jetzt wird es halt zügiger kommen, weil ich nämlich schon den Fall hatte, dass ich meine Philips Hue App geöffnet habe und die sagte, komisch, sie haben hier gar keine Lampen, wollen sie eigentlich, loggen sie sich mal ein, damit das alles funktioniert. Wir haben jetzt ja schon den Staubsauger-Roboter, der uns ausspioniert. Schickt der eigentlich auch seine Daten, seine Videoaufnahmen irgendwo nach China oder so? Wahrscheinlich. Aber der macht ja nur Videoaufnahmen, wenn, ach nee, der macht das die ganze Zeit. Der versucht ja zu erkennen, wo er dran stößt, bevor er irgendwo dran stößt. Ja, deswegen saugen wir nur, wenn wir nicht nackig sind, zum Beispiel. Deswegen saugen wir die Wohnung nur, wenn wir nicht nackig sind, zum Beispiel. Alter. Oh, ja. Das war sad. Nee, die Clarification war gut. Du guckst es so und dann dachte ich, ich sag's lieber nochmal, bevor irgendjemand mit Mädchen und Matrose kommt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte noch sagen, ich wusste nicht, dass du diese Sachen gekauft hast. Mir ist es auch relativ egal, aber jetzt, ihr sind so drei kleine Kartons, Kisten, wie sagt man, Kästchen. Kartons. Liegen jetzt hier vor mir auf dem Tisch, das größte unten, da steht Home Assistant, Green, the Private and Local Smart, Home Hub for Everyone. Da ist ein Bild drauf von etwas, was wie so eine Fritzbox oder so aussieht. Dann ist ein kleineres Paket, auch brauner Karton, Home Assistant, Sky Connect. Das ist so ungefähr wie eine CD-Verpackung. Die Älteren erinnern sich. Und dann ist ein noch kleinerer Karton, aber es ist ein grüner Karton mit weiß, Micro SD Card Toolkit. Jetzt frage ich mich, mein Schatz, mit Schatz, möchte ich wissen, was diese drei Kartons gekostet haben? Ach, das ist das, also man bestellt das für 99 Dollar, so wie dieses Paket da fehlt. Ja, genau. Ach so, ich dachte, das ist ja nicht teuer. Nein, das war, also da ist tatsächlich der ganze Kram, den wir von Philips Hue haben, ist deutlich teurer. Das ist ja der andere Nachteil von Philips Hue, dass es halt einfach scheißteuer ist. Aber kannst du denn jetzt sozusagen irgendwie, kann man da verschiedene Systeme kombinieren oder so? Das ist das Coole daran, dass man auch mehr Sachen benutzen kann, also was das für ein Riesentanz ist. Wir haben ja im Flur zum Beispiel oben die Deckenlampen von diesem Ikea Smart Home System. Und die funktionieren zwar grundsätzlich mit Philips Hue, weil die die gleiche Sprache sprechen, aber nicht hundertprozentig. Also man muss dann erstmal die Lampen sechsmal ein- und ausschalten, um die zu resetten, damit die überhaupt von Philips Hue gefunden werden können. Und dann kann man die einbinden. Da habe ich ja schon mal keinen Bock mehr drauf. Dann bleiben sie beim Dunkeln, wo ich die sechsmal ein- und ausschalten soll. So, wie so ein wildes Tier. Also diese drei 99-Dollar-Pakete sind quasi so eine Art Übersetzungshilfe? Das ist eigentlich ein komplett eigenes System, das viel offener ist als alle anderen. Und vor allen Dingen, es läuft halt hier lokal. Und das übernimmt sozusagen die anderen. Genau, also ich möchte das einrichten und dann fange ich erstmal hier in meinem Büro an mit den Sachen, die hier drin sind, um damit klar zu kommen, wie das überhaupt funktioniert. Und dann gehe ich Schritt für Schritt durchs Haus im übertragenen Sinne und löse sozusagen Philips Hue ab. Du gehst nicht wirklich durchs Haus. Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Gehe doch nicht durchs Haus. Weißt du, wie weit das ist? Alter. Alleinschor. Wir müssen uns bewegen. Also im metaphorischen. Im metaphorischen Titel. Alles genau. Ja. Und dann wird also nach und nach Philips Hue hier verschwinden. Und dann können die ihren ganzen Datensammelkram schön alleine machen, die Arschgeigen. So. Jetzt habe ich es dir dabei gezeigt. Genau. Sonst habe ich gar nicht mehr so viel. Neue High Alarm Folge ist raus. Seit dem 20. Ja, Baby. Das war richtig witzig. Mochte ich. Mit Benni ist er immer gut. Mit Benni ist er immer gut. Also der Podcast ist der Knaller, stelle ich mir so vor. Ja. Und die Tage war Marco hier und wir haben Camping Caravan Podcast aufgezeichnet. Das kommt jetzt also auch dann bald. Und bald ist ja auch wieder der Erste. Ich habe das neue Pottjournal nächste Woche streng genommen. Hast du schon die Themen zusammen? Ne. Ne. Diesen Monat irgendwie nicht. Die letzten beiden Monate haben sie mich, also wurde ich mehr oder weniger überschwemmt von Themen. Da war ich schon Mitte des Monats immer so, dass ich dachte, doch, ich könnte eigentlich produzieren, habe genug. Diesen Monat habe ich bis jetzt gerade zwei Sachen. Kannst du dir nicht ein paar aufsparen dann für später, Themen? Ja. Ich bin ja sowieso schon. Du willst auch aktuell sein. Ja. Ja. Im Idealfall würde ich aktuell sein. Nach zwei Monaten interessiert das schon keiner. Ja, eben. Dann ist das ja im Zweifelsfall auch schon wieder durch. Das Thema durch ist der Drops gelutscht. Ist das sehr affidrot? Die Kuh vom Eis. Was? Die Klappe zu. Das Ei im Lust. Wie viele Leute hören dieses grandiose Pottjournal? Also, so genau habe ich es nicht im Kopf. Ich meine, es wären so ungefähr 300. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür, dass ich eigentlich so gut wie keinen Aufwand mache, um den Podcast zu bewerben. Außer halt ab und zu mal. Außer hier jetzt. Hier oder. Wie viele Leute hören. Ich bin ja total Hörerzahlen fixiert. Ja. Ich weiß, so gute Podcaster sagen immer, nein, das ist völlig egal. Solange nur einer da ist, der mir zuhört. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Wenn das nur einer wäre, dann kann der mich anrufen. Da brauche ich keinen Podcast. Ja, verstehe. Mich interessiert das ja immer. Also, die Folge, wo du jetzt das letzte Mal dabei warst, die 418. Die mit mir gehen natürlich immer ein bisschen hoch. Ja, 519 Downloads. Schön. Ja. Nee, das war auch schön. Da ist deine Kirche voll mit. Ja, das ist die zweieinhalbmal voll mit. Wüsste. So muss man es ja immer sehen. 200 Leute passen da rein. Ich finde auch, also tatsächlich finde ich das, weil diese Reichweiten-Diskussion, und das haben wir ja im Bereich digitale Kirche auch immer, muss man sich dann rechtfertigen. Ach ja, gut, jetzt machst du YouTube, da sind aber nur, hast du 100 Klicks für deinen Gottesdienst da? Okay, man weiß nicht, die haben dir nicht alle ganz angeguckt, ne? Ist okay. Klar ist das, in der Internetwelt zählt das ja gar nicht an Reichweite. 300 Leute, 500 Leute, die irgendwas hören. Oder 200, die sich ein YouTube-Video angucken, ist ja, das ist ja nichts. Das ist ja, da taucht ja noch nirgendwo auf. Aber was stellt man sich auf den Kopf im Bereich ja für uns Kirche, aber auch woanders Kultur und was weiß ich was, um mal irgendwo 30 Leute in eine kleine Halle zu bekommen, zu einer Lesung, zum Konzert, zum Gottesdienst. Und wenn dann 100 da sind, ist das schon Erfolg. Aber im Internet sagt 300 Hörer nur, das ist ja nichts. Nee, ist auch was. Wenn wir beide jetzt sagen, wir mieten die Stadthalle in Eckernförde, setzen uns auf die Bühne und erzählen eine Viertelstunde davon, wie unsere Woche war. Meinst du, da kommen 500 Leute? Ich glaube nicht. Es gäbe bestimmt richtig gute Antworten auf diese Vorstellung, aber ich finde das so absurd gerade, dass mir einfach nichts dazu einfällt. Aber es gibt ja Leute, die machen das. Ja, ja. Also Leute, die schon noch mehr Fame sind als wir. Gibt's das denn? Und dann machen die einen Live-Podcast, labern aber auch nur und verkaufen aber die Tickets für 50 Euro oder so. Das verstehe ich komplett. Geht nur darum, das Idol, sag mal, ist das ein Wort, das man noch benutzt, Idol? Das Sternchen, den Star. Die Stare. Hast du davon erzählt, dass hier auch so viele Stare sind in Riesebüll? Nee. Meine Eltern waren ja jetzt bei Sword Soul, also bei den Staren, da in Avonthoff. Ja, aber hier sind auch ganz schön viele Stare rumgeflogen. Überhaupt. Hast du das schon davon erzählt in deinem Podcast, wie viel? Du guckst mich gerade so an. Weil du eben noch von der Stadt Halle Eckernförde fasziniert wirst. Und dann, oh, da funkelt was. Das macht Spaß. Und die Lehrer sagen, ich habe ADH irgendwas. Hast du schon erzählt, wie viel Natur ist? Hier ist richtig viel Natur. Hast du noch nicht erzählt? Nee, überhaupt nicht. Komm, wir sagen abwechselnd Tiere, die wir schon im Garten und oder auf dem Friedhof gesehen haben. Ich fange an. Ein Frosch vor der Tür. Ja. Und neulich auf der Terrasse auch richtig dicke, fette Kröte. Ich weiß nicht den Unterschied zwischen Kröte und Frosch. Aber es war eins davon. Ja. Du bist dran. Die ganzen Fledermäuse, die hier um uns rum wohnen. Ja, die sind super. Also ums ganze Haus sind immer Fledermäuse abends unterwegs und fressen zumindest einen Teil der Mücken aus der Regentonne raus. Die beschäftigt dich doll, die Regentonne, ne? Ich finde Regentonnen eigentlich total gut, aber ich hätte gerne nicht so viele Mücken im Haus dann. Ich glaube nicht, dass die Mücken nur wegen dieser Regentonne da sind. Meinst du nicht? Nee, meine ich nicht. Das sind ja schon sehr so wie Brieftauben. Ortsgebunden. Mücken sind wie Brieftauben. Ja, die bleiben an der Stelle, wo die... Kann bitte diese Podcast-Folge heißen Mücken sind wie Brieftauben. Nee, die Podcast-Folge heißt chefkoch.de wieder willen. Na gut, schade. Rehe. Auch auf dem Friedhof und auch auf der Hauptstraße im Dorf laufen die einfach mal so leck. Oder auch hier durchs Wohngebiet. Ja, bei uns. Morgens, wenn man mit dem Hund geht. Ja, bei uns nicht. Ja. Durch den Garten, leider. Ich glaube, vielleicht sind unsere, unser Zaun und Hecke ist, glaube ich, zu groß. Zu hoch für Rehe, oder? Ja. 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 Hast du schon Rehe getroffen im Wohngebiet? Ja. Ja. Die kamen ganz entspannt da bei der, von der Grundschule, also erstmal im Bürgerpark, wollte das zur Grundschule abbiegen, da war aber die Tür zu vom Zaun und dann ist es so zwischen dem Gebäude und diesem Erdwald da durchgelaufen und dann ins Wohngebiet abgebogen. Cool. Aber auch super entspannt. So war ihr komplett... Die chillen hier, ne? Ja. Auf dem Friedhof auch, die Sekretärin sagt, ja, manche finden das nicht so witzig, weil die immer die Blumen vom Grab abknapsen. Mich war, ja, das ist natürlich nicht so gut, aber go Rehe. Ja, also meine Eltern wohnen ja zum Beispiel direkt am Waldrand und mein Vater hat irgendwann aufgehört Blumen zu pflanzen, weil es dann vor dem Esszimmerfenster häufig so war, dass wir am Wochenende beim Frühstück saßen und mein Vater irgendwann so sein Gesicht zur Faust ballte und dann haben wir uns so umgedreht. Mein Bruder und ich saßen immer mit dem Brücken zum Fenster, haben uns so umgedreht und dann stand da ein Reh und hob den Kopf, guckte, kauend ins Esszimmerfenster. Hing nach so einer halben Blume so aus dem Maul raus. Ja, genau. Und so mit so einem Blick von, na, was willst du denn machen? Ich esse jetzt hier noch auf. Bist du aufgestanden bist, bin ich weg. So. Deswegen hat er irgendwann aufgehört damit. Aber Rehe ist ein gutes Stichwort. Hasen. Hier gibt es richtig viele Hasen und Kaninchen auch. Insekten, Libellen. Ja. Bienen, Wespen, alles. Aber Libellen, vor allem viele Schmetterlinge. Ja. Also was halt so auch in den Garten gehört. Ja, Stara haben wir auch schon gesagt. Neulich habe ich auf der Hunderunde drei Fasane gleichzeitig gesehen. Echt? Ja. Oh, krass. Wo warst du in den Feldern? Hinten beim Sportplatz, hinter dem Sportplatz, an dem Maisfeld. Maulwürfel, haben wir noch nicht gesehen, aber. Ja. Die sind da. Sie sind da. Sie hinterlassen ihre Spuren, Schapuren. Ja. Die ganze Natur. Schön. Das ist sehr natürlich. Bei uns. In SH. Wir müssen da auch mal wieder Dinge anbringen. Ja. Das müssen wir dringen. Ja. Naja, aber bis das passiert. Oder Christian Lindner als Bundesfinanzminister seinen Rücktritt einreicht. Oder bis eine neue Folge von Lexi Gisch und Jörn Schaas bei einem Podcast erscheint. Alles Gute. Und tschüss. Wie so ein schlechter Anrufmann vor der Ansage, wo das Part immer so abwechselnd spricht. Hallo, das ist der Anschluss von Gisch und Jörn Schaas. So ähnlich machen wir unseren Podcast. Ganz prima. Mega gut. Und jetzt. Alles Gute. Alles Gute.